Auf der anderen Seite steckt im Song noch drin, dass wir alle immer mehr aufpassen müssen, nicht zu sowas wie Profilstalkern zu werden, zum Beispiel auf Facebook. Also ich zähle mich dazu, wenn ich Leute kennenlerne, die ich interessant finde und mich über Facebook vernetze, dann gucke ich dann doch so, ja, was gibt es denn da für Fotos? Und hatte auch schon so Anwandlungen, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt gucke ich aber sehr genau, mit wem ist da da eigentlich drauf, wer ist eigentlich dieses Mädchen auf dem Sofa neben ihm und so weiter. Das sollte man eigentlich alles gar nicht machen. Und weil wir das auch gar nicht so wollen, könnt ihr an einer Stelle einen Song mitsingen und zwar Singt das mal. Klingt sehr schön. Okay, merke ich, dass etwa zweieinhalb Minuten kommt die Stelle, dann singen wir das gemeinsam. Klingt sehr schön. Das ist doch so. Das ist doch so. Das ist doch so. Das ist doch so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das hat nichts zu sagen, das sind einfach so alles die Schüler und immer wenn ich im Vertretungsunterricht komme,